Welch ein Freund ist unser Jesus? Oh, wie hoch ist er, Herr Hütt! Er hat uns mit Gott versöhnt und betritt uns im Gebet. Wer mag sagen in der Messe, wie viel Siege uns entglied, wenn wir nicht zu ihm uns wenden und ihn suchen im Gebet? Er hat uns mit Gott versöhnt und der Sturm ringsum uns weht. Brauchen wir uns nicht zu fürchten, stehen wir gläubig im Gebet. Daher weist sich Jesu Treue, wie er uns zur Seite steht. Als ein mächtiger Retter, der erhöht ein ernstes Gebet. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik Musik